Für drei Sternzeichen stehen die Sterne diese Woche genau richtig. Sie scheinen das Glück geradezu gepachtet zu haben. Gehörst du dazu? 1. Widder Singles sind temperamentvoll und kreativ. Damit kommen sie bei möglichen Flirts sehr gut an. Der Beziehung liierter Widder verleihen Venus und Mars frischen Wind. Im Bett prickelt es ordentlich. Im Job liegen euch insbesondere kreative Aufgaben. 2. Krebs Das Liebesleben von Single-Krebsen wird von Sonne und Merkur befeuert. Dates laufen jetzt besonders gut. Liierte Krebse kommunizieren ganz offen mit ihren Herzensmenschen. Ihr seid einfach auf einer Wellenlänge. Auf der Arbeit zeigt ihr euren Teamgeist. 3. Zwilling Liierte Zwillinge setzen jetzt besonders auf Zärtlichkeit und lassen ihre Beziehung damit aufblühen. Singles sind charismatisch, anziehend und flirten gerne. Die Dates sind außerdem richtig erfolgreich. In eurer Freizeit habt ihr dank Mars viel Energie. Die Dates sind am besten. Kid